Ich bin Marco Renze, ich bin 23 Jahre alt, bin in Kirchen geboren, habe die letzten zwei Jahre jetzt für Borussia Dortmund gespielt und bin Innenverteidiger und meine Stärken sind meine Zweikampfwerte und meine Schnelligkeit. Die Zeit war sehr gut, ich habe sehr viel gelernt im taktischen Bereich dort und konnte mich dort gut weiterentwickeln und hoffe jetzt hier in Herakles die nächsten Schritte zu gehen. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, das erste Training hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr familiäres Umfeld hier, es wurde sehr warm empfangen hier und ich bin froh jetzt hier zu sein. Ich will mich persönlich natürlich weiterentwickeln, also den nächsten Schritt machen und natürlich so erfolgreich sein wie möglich mit der Mannschaft zusammen. Ich denke wir wollen uns eventuell für die Europa League qualifizieren oder einfach so viel Erfolg haben wie möglich. zu Beginn. hier ist, aber ebenso weit freue ich Lust, Culture. Standards auch einen, Hahnem hier im Namen! cuts und hier, unter Peninsula ein Ein! Vielen Dank.